Das Heftigste ist dann sagen, Muslime, der macht das nur für Fame. Ja, was für ein Fame ist das denn, von morgens bis abends bedroht zu werden? Er hat da Fame. Amir, warum bist du so mutig? Ich bin gar nicht mutig. Manchmal kriege ich auch selber voll Angst vor dem, was ich so mache. Weil ihr seht ja, dass ich auch mit meinem Leben fast bezahlt habe. Aber ich vertraue dem Herrn. Das ist das. Diese innige Liebe und Vertrauen zum Herrn drängt mich dazu, aus Liebe zu den Muslimen, ja, quasi mein Leben zu lassen für die. Das ist unglaublich. Denn niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und die Muslime sind ja meine Freunde. Die denken, ich hasse sie, aber dabei lasse ich ja mein Leben für die. So, weißt du, was ich meine? Das ist unglaublich. Du könntest wahrscheinlich ein deutlich entspannteres Leben haben, wenn du das nicht machst. Wenn du sagst, lass ihn in die Hölle gehen, dann werden sie wahrscheinlich viel entspannter für dich. Das Heftigste ist, dann sagen Muslime, der macht das nur für Fame. Ja, was für ein Fame ist das denn, von morgens bis abends bedroht zu werden? Hört der Fame. Ja, ja. Als wäre ich so ein Rapper aus Düsseldorf oder was. bin.